Wo ist denn hier ne... Ich esse kein Speicherpoint for me. Wie, du kannst, wenn du hier vorstehst, nicht speichern? Nein! Ach! Hier, guck mal, hier so. So? Soll ich dir vorstellen? Nö. Muss ich ans andere Zelt? Hallo, bitte damit... Das ist crazy! Tatsache! Da geht's. Hallo, das ist mein Zelt. Ich speichere mal eben auf... Merke dir... 5. Auf 5. Auf 5. Auf 5. Also ich hab mir gemerkt, auf 7. Ja, super. Das ist richtig. Ich hab wen gehört. Ja, ich auch. Das war nicht mein Magen. Oh, da. Oh, zwei Stück. Oh, geil. Oh, Pflanzen. Hallo, bleib doch hier. Boah, der hat ne richtige Keule hier, der Junge. Nicht? Titi kommt auch. Was? Titi! Ja, wei! Boah. Hallo, warum haut der ab? Wo ist der hin? Hä? Hä? Sofrat, hä? Hallo. Hallo, bleib doch zum Essen. Nicht wegrennen. Boah, der hat ne Glatze. Boah! Haut der rein, wenn der einmal eintrifft. Nein, 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 nein! Ganz, ganz, ganz. Oh, kacke. Jetzt hab ich ein dickes Problem. Bist du tot? Nein. Gerade wieder arm. Aber ich gleich. Ähm, wieso kann ich denn nicht... Ich hab doch die Flare Gun. So, jetzt kommt her. Oh ja, das wird lustig. Ey, nicht abhauen. Hallo. Ach, komm, ich renne hinterher. Jetzt reicht's mir. Bleib stehen. Jetzt muss ich auch nur noch ziehen können. Ach, du... Boah. Bäm. Jetzt er brennt, Junge. Er brennt. Ja. Ja, da kannst du so viel schlagen, wie du willst. Du wirst sterben. Und sie auch. Oh. Hä? Ach, du Scheiße. Guck mal, sie lacht selbst, wie sie am Brennen ist. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich schrei das ganze Mikro zusammen, ne? Tut mir leid. Meine armen Ohren. Ach, krass. Wie die einfach verbrutzelt sind. Ja, das war cool. Ja, man kann irgendwas mit den Knochen von denen anfangen, ne? Echt? Aber ich weiß nicht, was... Oh, Henri. Bleib stehen. Ich seh's gleich. Wir bringen uns gleich selbst um. Ich hab's einmal erwischt. Oh. Verdammt. Oh, hier sind aber... Keine Kondition mehr. Kisten. Koffer. Ja, toll. Dafür... Die sind toll. Lass es laufen lassen. Boah. Ich hol's mir nicht. Da ist es. Nein, 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 nein. Nein, nein. Es ist zu schnell. Ey, drei Meter gelaufen, ne? Kondition am Ende. Schon können die nicht mehr. Ja, Hammer. Was ist da los? Ich wär gern ein Reh. Die können lange laufen. Ja. War... Da vorne ist... Wo bist du? Oh nein, jetzt bin ich... Auf dem Bildschirm. Ach so, da. Das war da aber auch schon vorher, diese beiden Hütten da, ja. Rechts. So. Da. Am... Anderen Ende. Die da. Waren auch schon vorher da. Ja, waren sie, aber wir waren da nicht. Wir sind da dran vorbeigelaufen. Oh Gott, es wird gleich wieder dunkel und... Irgendwie... Hacke. Voll die Wanderfreaks hier. Die Wanderhuren. Äh. Nur... Äh. Äh. Warum hebe ich ab hier? Das, äh... Ich möchte lieber festen Boden unter den Füßen. Ich hebe ab. Ja. Ich helfe mich am Boden. Passt. Super. Du bist da auch... Ja, das ist natürlich sehr schön, äh... Animiert gewesen. Du bist da auch irgendwie gerade nur so... Wie Jesus. Übers Wasser so ein Stück. Also, ist da auch... Iiii, hier sind überall Fliegen. Und ein Korb. Und ein Korb, ja. Tatsache. Ähm. Ähm. Sollen wir hier wieder was hinbauen? Ja, es wird wohl wahrscheinlich... Oh, da sind auch ganz viele Zelte. Oh. Oh, Zelte. Also, ich weiß ja nicht, ob du bleiben möchtest, aber ich möchte mir die Zelte angucken. Sag doch was! Ich bin wieder allein. Tschüss. Hallo, hier bitte nicht rüberkommen. Das ist Privatgelände. Achtung. Jesus Christ. Oh mein Gott, was fliegt da denn? Wo? Gerade ist eine Flasche aus den Felsen geflogen. Jo, ich sehe sie auch. Plack. Eingesammelt. Ah, die sind zu. Ach nee, doch nicht. Doch. Boah, wie viele Flaschen. Guck mal, wir können hier rein. Ah, jo, geil. Alter. Kein Scheiß. Ich bin hier drin. Geil. Oh doch. Wir müssen krauchen. Wir müssen krauchen, glaube ich. Ey, die Decke hier oben ist doch voll hoch. Okay, jetzt. Oh, doch nicht krauchen. Ah. Das ist gruselig. Ja. Wahrscheinlich kommt hier gleich noch irgend so ein Viech oder so. Möchtest du nicht vorgehen? Ähm. Oh! Ach, du Scheiße. Alter Schwede, was war das? Oh mein Gott, jetzt ist es bei mir gewesen. Ich dachte, du verarschst mich. Nein. Ah, da oben. Fledermäuse, guck mal. Kein Scheiß. Krasser Shit. Boah. Ey, die haben sich echt was einfallen lassen, ne? Hammer, ne? Ey, wenn man die hier bauen würde, das wäre doch mega sicher, oder? Was liegt denn da? Auf jeden Fall, aber wenn... Je. Beine. Ehrlich jetzt? Er schmeißt denn hier Beine hin? Oh, was ist das denn? Die Kannibalen. Ist das ein Helm? Oh, kein Licht mehr. Was ist das? Koffer? Alter, wo hänge ich rum? Hier geht's noch tiefer. Wo? Oh nein, ich hab dich verloren. Wo bist du? Ach da. Hier geht's noch... Da. Krasser Scheiß. Wie bist du da runtergekommen? Bist du Kerze? Oh. So. Oh nein! Alter, ich hab irgendwas gehört. Oh nein! Wo bist du? Ich bin hier unten, ich komm nicht mehr hoch. Scheiße. Oh ne Scheiß. Müssen wir hier irgendwie weg. Oh, jetzt bist du auch noch runtergesprungen. Ja, natürlich. Wie soll ich denn sonst da hinkommen? Also, bist du wieder hoch? Oh, ne. Nee, ich bin... Oh, ich komm schon nicht mehr mit. Ja, äh... Ist auf jeden Fall ein Weg. Links oder rechts? Oder kann man überhaupt rechts? Rechts. Rechts ist der richtige Weg. Ich dachte, wir kommen hier irgendwie wieder raus. Oh nein, hier muss man tauchen. Oh Gott. Äh, ich glaube, man kommt da nur mit Dings... Oh ne, das geht ja noch über Wasser. Aber hier geht's nicht mehr weiter. Oh nein. Wir kommen hier eigentlich nur mit Dings lang, ne? Oh, oh geil, wir sind wieder außerhalb. Ne, doch nicht. Ne. Oh Gott. Ich glaube, ich ersticke jetzt gleich. Echt jetzt? Oh ne, ich bin wieder hier. Boah. Aber das hat... Ich kann nämlich nach draußen gucken. Ja, scheiße. Guck mal nach oben. Siehst du das? Ne, ich sehe nur Wasser... Ja, so ein bisschen Lichtschimmer. Scheiße, jetzt kommen wir nie wieder zurück. Und ich habe voll Hunger. Und... Hast du keine Riegel? Ja, doch. Doch, hatte ich noch, aber mir wird kalt. Gib den Riegel. Oh nein, jetzt backe ich hier fest. Oh nein, mir wird kalt. Wir müssen elendig sterben. Und dann auch noch im Dunkeln. Oh Gott. Warum wir dich eigentlich... Alter, hier geht es noch tiefer, ne? Ja, so wir... Wir haben ja gar keine andere Wahl. Vielleicht gibt es da hinten doch noch einen Weg. Oh Gott. Ja, kommen wir wieder zur Kerze. Ey, das... Ja, hier kommen wir nicht mehr hoch. Oh nein. Doch! Nein. Oh, ich hänge fest. Du bist zugebackt. Oh nein, komm doch raus! Oh, jetzt... Oh nein, doch nicht. Aber jetzt auch nicht. Nö. Du musst ja eine Räuberleiter machen, ne? Aber... Ja, schau... Wie du da hängst, ey. Als wenn du festgeklebt bist. Scheiße. Ja, so... Bleibt uns ja quasi gar nichts anderes übrig. Mir wird kalt, Mama. Ich muss hier raus. Ach, Mann. Scheiße, verdammte. Na dann, äh... Ja, Geronimo. Was eine Kacke. Oh, warum liegt hier ein Lurch? Äh, nicht aufsammeln. Der ist eklig. Ach ja, toll. Äh... Ist das eigentlich nicht schlimm, wenn man dann so vergammelt ein Lurch grillt? Äh... Grillen, ja. Hm. Na dann... Na dann... Geht's runter. Oh, kacke. Ja. Geht ja gar nicht tief, ne? Ach, du Schande. Hört das... Oh, Gott. Geht ja überhaupt nicht tief. Hört ja überhaupt nicht auf. Oh, ich bin am Boden. Echt? Oh. Wir kommen ja nie wieder raus. Na super. Und selbst wenn wir hier unten kämpfen müssten, das ist so kalt, wir haben überhaupt gar keine Ausdauer. Äh, ich esse mal eben was. Einen Riegel. Und eine Soda. Oh, Gott. Was ist hier? Ein Stein. Ein Stein. Der Hammer. Stickies. Und Stöcker. Oh ja, ganz viele Stickies und Steine. Oh, ich kann nichts ertragen. Jesus Christ, Alter. Was ist das denn? Was sind das für Leuchten? Und, äh, sind das da vorne... Nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, aber das ist krass hier. Guck mal in die Decke. Was ist das? Es leuchtet und es ist wunderschön. Ah. Über den Wolken. Es ist wunderschön. In Wahrheit nur ein Grafikfehler, oder was? Nee. Ich glaube nicht. Das ist Absicht. Krass. Übelkacke. Ja, so. Was ist das? Ey, durch dieses Plätschergeräusch, ne? Ich muss übel aufs Klo. Das ist animiert so dazu, ne? Ja, ja. Verdammt. Bleib immer bei mir. Unsere Wege dürfen sich nicht trennen. Ich verstehe das gar nicht. Ich meine, es ist doch gar keine große Höhle und es ist dunkel, es ist ja auch nicht. Also, wir wollten eigentlich ja nur gucken, bis wohin das geht. Dann sind wir abgerutscht. Toll. Nur wegen dir. Scheiße. Du bist schuld. Wegen dir muss ich jetzt ja auch sterben. Oh, hier geht's weiter. Komm, wir gehen in die Höhle. Ja. Oh, ich bin runtergesprungen. Du bist zuerst untergefallen, ja? Du hast mich geschubst, du hast mich geschubst. Ja, ist klar, jetzt sind es wieder die Kleinen, ne? Ja, ja, ja. Immer die Kleinen. Was ich viel schlimmer finde, ist, wenn gleich so ein Mutanten-Pokie kommt. Ja, es wäre lustig, wenn wir daran sterben würden. Ey, es gibt einen neuen Mutanten, ich kenne nur zwei. Sind wir von hier gekommen oder ist das hier... Nein, wir sind nicht von hier gekommen, glaube ich. Ja, dann, äh... Ich hoffe. Ich gebe mal Gas. Das wäre lustig, wenn wir jetzt an derselben Stelle wären. Oh, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh nein, das ist, äh... Das sieht, glaube ich, danach aus. Nein. Ich warte auf dich. Nein, bitte nicht. Obwohl, hier, warte mal, hier leuchtet irgendwas. Das ist die Kerze. Oh ja, wir sind wieder an derselben Stelle. Ernsthaft? Ja. Und wir haben mal im Kreis gegangen. Jupp. Nein, das ist nicht dieselbe Stelle. Doch, hier ist doch der Lurch. Oh nein! Oh nein! Gut, also wir haben noch genau vier Riegel Zeit. Vier Riegel! Vielleicht sollte ich noch was droppen, damit wir wissen, dass wir hier nicht hochgehen sollten. Oh nein! Oh nein! Na super! Ich glaube, das werden drei Aufnahmefolgen. Wir müssen eine komplett mittendrin einmal aufhören. Das gehe ich auch mal von aus. Jetzt, oh Gott, kein Licht. Oh nein. Oh Gott. Kann man hier eigentlich auch runterfallen? Oh Gott. Inventar. Ich droppe hier eine Platine. Na super, ich kann die nicht droppen. Was kann ich droppen? Ein Stein. Ich droppe den Stein genau da, wo du stehst. Oh! Wo ist er denn jetzt? Genau hier. Oh, ein Stein. Ah, zum Einsammeln. So, und jetzt gehst du nochmal in die wunderschöne Höhle. Ja, kacke. Ja, jetzt halten wir uns rechts, okay? Was haben wir denn gerade gemacht? Wir sind über die Dinger rübergegangen. Oh nein. Wir kommen nie wieder raus. Alleine wäre ich niemals in die Höhle gegangen. Warum spielen wir überhaupt? Warum habe ich mich dazu verleiten lassen? Komm, wir gehen in die Höhle. Ist bestimmt schön. Oh scheiße. Oh ja. Hier, warte. Ich komme bestimmt durch. Ist meine Höhle. Raus hier. Ach, kacke. Oh, ich dachte gerade schon. Oh Gott, hinter dir. Pass auf. Ey, hör auf damit. Ich hab mich entsprochen. Oh Gott, da vorne war irgendwas. Hörst du das? Da vorne ist was. Hörst du was? Lass ich die Fledermäuse? Naja, das sind doch keine Fledermäuse, oder? Oh Gott. Guck mal, brennende Kinder. Ey, das geht nicht. Lol, wo hast du denn das draufgehackt? Auf die Kisten, die hier stehen. Aber das ist gruselig. Burn, Junge! Jawoll, Breakdance! Yeah, 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 yeah. Ja, ich will mir dann auch erstmal... Ach, du Scheiße. Nein! Ja, du bist... Oh shit. Hast du noch Medizin? Äh, nope. Nein. Ich werde sterben. Oh mein Gott. Himmel, Arsch und Zwirn. Scheiß auf die Kinder! Was? Geht hier eigentlich? Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Nee. Doch. Ich, ich helfe dir. Ich hoffe, ich werde nicht attackiert. Geil! Ich kann aber noch mein Feuerzeug bedienen. Oh cool, danke. Jetzt ist Ruhe hier im Karton. Oh Gott! Wo ist es? Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Nein! Oh Gott! Stirb! Ich hab's getötet. Oh mein Gott! Was soll das? Hier ist noch eins. Irgendwo. Da! Am Zelt. Ops. Irgendeiner muss die Kinder töten! Iiii! Iiii! Es lebt noch! Und hier. Das Gesicht! Ist nicht vorhanden. Es sind ernsthaft Mutantenbabys! Heiliger Schatz! Guck dir das Gesicht hier an! Welches Gesicht? Wo? Leute, ich hab irgendwas gefunden. Yo! Zeitungsartikel. Iii! Das wippt noch mit den Beinen. Wo? Siehst du noch was? Alles ist diesbar. Oh! Ich muss was essen. Das bin ich gleich doubt. Oh! Glaubst du, man kann so tote... Iiii! Ich hab nen Zeitungsbericht gefunden. Ja. Zibling still missing. Fun drink. Boah! Und die Bibel. Echt? Ich glaube. Oh, wir können hier schlafen! Ich speichere hier, ja? Ja, mach das. Oh ja, ich glaube ich auch. Und ich würde sagen, ob wir es überleben oder nicht, seht wir in der nächsten Folge. Juhu! Bis dann!